Hallo Leute und Willkommen auf meinem Kanal Fixio Mercedes. Repariert Deinen Benz. Ich habe schon an einem Deutschen versprochen, ich werde das gleiche Video auch auf Deutsch machen. Es geht um mein letztes Video auf Englisch und jetzt mache ich das selbe Video auf Deutsch. Also, in unserem heutigen Video werden wir darüber sprechen, was mich schon zwei Jahre lang quält. Seit zwei Jahren kann ich kein Tastverhältnis machen. Warum? Keine Ahnung. Werte ich. Alle meine Geber sind gut, alle funktionieren, alles was nötig ist. Jedoch kann ich das Verhältnis nicht erledigen, obwohl es für mich persönlich nicht entscheidend ist. Ich mag es anders. Ich bevorzuge es anders, den Motor einzustellen. Und zwar, da messe ich Strom am Stellglied. Aber ich mag es nicht, wenn etwas an meinem Auto nicht klappt und wenn etwas kaputt ist. Es geht um mein Auto. Mein Auto ist im Juni 1989 fertig gebaut worden. Also, das Auto hat KE3A System und die Fehlerdiagnose, die in Prozent gemessen wird, angezeigt. Also, zuerst schauen wir mal das Video und dann analysiere ich es. Machen wir es! Wenn das Video an, dann noch nicht! Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es hat das System KE3A oder 3.2, bei welchem man eine Fehlerdiagnose in Prozenten liest. Und jetzt erkläre ich mal. Bei Zündung an, soll man 70% bekommen. Warum? 70% bedeutet kein TED-Signal. Und es kann keins geben, da das Auto nicht an ist, sondern aus. Und sobald ich den Motor anmache, dann soll es zur Gemischanreicherung kommen. Da sollen die Prozente senken, bis etwa 30%. Und dann sollen wir feste 50% bekommen. Da der Motor noch kalt ist, noch nicht betriebswarm. Sobald der Motor betriebswarm wird, dann funktioniert die O2-Sonde. Und dann pendelt es um 50% für alle Autos mit O2-Sonde. Es soll 5% mehr oder weniger pendeln um 50%. In meinem Fall nichts. Was bedeutet eigentlich 0%? Ihr habt es gesehen, ich habe 0% bekommen. 0% bedeutet entweder Lambda-Tester oder Multimeter-Defekt, keine Spannung oder Masse an X-11. Oder Leitungsunterbrechung zwischen der Diagnosedose X-11 und dem Steuergerät. In meinem Fall, also kann ich nicht sagen, dass der Tester kaputt ist oder defekt. Überspannungsschutz ist okay. Das Auto springt gut an. Und jetzt die Masse und Spannung betreffend. Wir überprüfen, ob wir Spannung oder Masse haben. Das Kabel von unserem Multimeter Plus geht in Buchse 6 von X-11. Und das Kabel Minus, dann geht an Batteriemasse. Und mit der Masse das Kabel Minus vom Multimeter geht in die Buchse 2. An X-11. Und das Kabel Plus geht an Batterie Plus. In beiden Fällen ist unser Sollwert zwischen 11 und 14 Volt. Das Ergebnis. Naja, also worum geht's dann? Was ist nicht in Ordnung? Es geht um Steuergerät. Ich kann nicht sagen, dass das Steuergerät an meinem Auto kaputt ist. Aber das Steuergerät passt überhaupt nicht zu meinem Auto. Mein Auto ist, wie ich es schon gesagt habe, im Juni 1989 fertig gebaut. Und das Steuergerät an meinem Auto stammt vom September 1989. Also in diesem Fall ist das Teil nicht originell. Die sind kompatibel. Das originale Teil, so wie dieses. Und die Belegung am Stecker vom Steuergerät ist fast die gleiche. Aber da gibt es irgendwelche Unterschiede. Darüber werde ich in meinen nächsten Videos sprechen. Ich möchte nur sagen, dass mein Auto im September 1989 schon die Fabrik verlassen hat. Und es kann auf keinen Fall ein Steuergerät aus September oder später 1989 da haben. Und etwas war mir immer sozusagen im Bewusstsein. Und als ob etwas mir gesagt hat. Und zwar immer wieder. Überprüfe mal das Steuergerät. Überprüfe mal das Steuergerät. Überprüfe mal das Steuergerät. Überprüfe es. Und andererseits. Nein. Das soll man nicht tun. Ein Steuergerät geht nie kaputt. Und auch das Auto selbst läuft ganz gut. Und jetzt. Falls ihr euch auch entscheidet, ihre Steuergeräte zu wechseln, dann bitte macht das nicht mit einem nicht passenden Teil. Und das habe ich neulich entdeckt, dass das Steuergerät an meinem Auto überhaupt nicht das originale Teil ist. Wie wisst ihr das? Darüber spreche ich in einem anderen Video. Und bis dann. Gutes Benzin. Tschüss.